Oliver und Amira Pocher arbeiten trotz ihrer Trennung weiterhin eng zusammen. In ihrem Podcast verraten sie nun, dass sie erneut gemeinsame Sache gemacht haben. Der Comedian habe seiner noch Ehefrau bei einer besonderen Herausforderung zur Seite gestanden. Oliver, 45, und Amira Pocher, 31, haben im August dieses Jahres ihr Ehe aus bekannt gegeben. Trotz der Trennung führen sie ihren gemeinsamen Podcast Die Pochers weiter. Darin haben sie mehrmals über das Liebeshaus gesprochen, dabei kam es hin und wieder auch zu emotionalen und hitzigen Dialogen. In Bezug auf ihre Geburtstagsfeier Ende September, zu der Olli nicht erschienen ist, hat Amira ihrem Ärger vor kurzem Luft gemacht. Ich bin der kalte Eiszapfen, die gefühlskalte Ex-Frau, die Party macht, während der arme Mann traurig zu Hause sitzt. So lässt du mich ja auch immer dastehen. Klammer Punkt 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 Klammer Ich habe die Schnauze voll von dieser Darstellung, sagte sie. In der neuen Podcast-Folge harmonieren die beiden allerdings und berichten von einem aufregenden Ereignis, das sie zusammen erlebt haben, weil sich Amira ohne ihren noch Ehemann nicht getraut hätte. Dieser Herausforderung hätte sich Amira Pocher nicht ohne Oliver gestellt. In der aktuellen Folge von Die Pochers vom 20. Oktober beginnt Olli mit den Worten. Wir haben einiges zu berichten. Denn wir waren bei Promi Wer wird Millionär. Wir dürfen nicht über die Inhalte reden, aber einen kleinen Einblick geben, wie es so gelaufen ist. Amira ergänzt, dass sie eine Menge Spaß gehabt hätten. Das Promi-Special der beliebten Sendung mit Günter Jauch, 67, werde am 16. November anlässlich des jährlichen Spendenmarathons ausgestrahlt, erklärt der Komiker. Doch wie ist es zu der doppelten Teilnahme gekommen? Neben ihnen hätten sich Thorsten Sträter, 57, Sascha, 51, und Rainer Kallmund, 74, den Quizfragen gestellt. Sie wollten dich natürlich auch haben, ich war ja schon zweimal da. Und dann kam die Überlegung, es zu zweit zu machen, sagt der 45-Jährige zu Amira und fügt hinzu. Du hättest alleine hingehen können. Diese entgegnet jedoch, dass sie sich das nicht getraut hätte. Ich habe immer schon gesagt, dass ich da niemals hingehen würde. Dann kam die Anfrage und ich dachte, auf gar keinen Fall, gehe ich nicht hin. Betont Amira. Dann habe ihr Manager allerdings die glorreiche Idee gehabt, dass sie gemeinsam teilnehmen. Das hatte natürlich eine gewisse Besonderheit. So saßen wir am Ende zu zweit dort, sagt die zweifache Mutter und scherzt. Als Telefonjoker hätte ich dich eh genommen, spätestens bei einer Fußballfrage hätte ich dich angerufen. Schließlich stellt Oli klar, dass sie wirklich einen unterhaltsamen Tag hatten und es eine lustige Runde gewesen sei. Doch im Doppelpack bei Jauch zu sitzen, habe auch etwas mit dem Ex-Paar gemacht. Das war sicherlich emotional, dass wir da zusammen gespielt und gesessen haben. Das hatte natürlich eine gewisse Besonderheit. In der aktuellen Situation, in der wir uns befinden, fand das ein Sender wie RTL jetzt auch nicht total uninteressant.